Es gibt keinen bequemen Weg, der von der Erde zu den Sternen führt. Ich bin im Streik. Mein Verstand ist im Streik. Ich würde sagen, die Rundfkasse ist jetzt endgültig. Wir bestellen keine Strahlt. Die Schienen werden aus Reardon-Metall sein. Reardon-Stil, Jimmy! Es ist ja erstmal nur für eine Nebensstrecke, Oran. Wussten Sie eigentlich, dass heute Nacht die erste Lieferung an Sie raus geht? Nein. Das ist das wichtigste Ereignis, das heute auf dieser Welt passiert. Darf ich fragen, was Ihr Interesse gelegt hat? Wer ist schon Gold? Wer zum Geier ist schon Gold? Wer 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 ist schon Gold? auf Eure Existenz! Noch könnt Ihr Euch entscheiden Mensch zu sein!